Rico, misch dich jetzt nicht ein. Ich hab den Kindern versprochen, dass sie noch in den Stall dürfen. Ab mit euch! Mag was ist mit dir? Nein. Du warst ein guter Lehrer, Vater. Aber die Schulzeit ist vorbei. Sie sind weg. Aufregung ist Gift für dich. Komm, ich bring dich nach oben.